Die Ratsentscheidung hatte mich schockiert, aber Millers Plan gab mir Hoffnung. Einmal mehr kletterte ich nach Moskau hinauf. Ich musste das Geheimnis von D6 lüften und ein Rudelraketen erwecken. So, erstmal hallo und herzlich willkommen zu Folge 24 des Let's Plays von Metro 2033. Ich möchte eins vorab sagen, dass ich wieder zwei Folgen verschlampt habe, nämlich 24 und 25. Ich habe nämlich gedacht, ich habe sie schon hochgeladen und lösche sie eiskalt von meinem Computer. Also spiele ich sie hier nach. Ich weiß nicht, ob das blind sein wird oder nicht. Ich kann mich an die Mission kaum noch erinnern. Ich spiele, ich habe schon seit mehr als drei, nein, seit mehr als einer Woche kein Metro mehr gespielt. Und ja, ich denke mal, wir starten jetzt einfach mal durch. Ich muss mal hier prüfen, Gasdruck ist alles in Ordnung. Was? Uah, Hänger. Stimmt, hier war das Teil mit dem Typi. So, komm. Hallo. Geht doch. Gleichzeitig können wir das mit der Taschenlappe überprüfen, wie weit die ist. Die ist voll. Gut, dann gehen wir weiter. Ja, hier ist nämlich dieses Teil hier aufgetaucht. Natürlich habe ich vergessen, es so nachzuladen, aber jetzt ist es wenigstens tot. Komm, Fleck runter. Jawoll. Warte. Aha. Jetzt mache ich ja auf. Stimmt, es kommt gleich der Dämon. Dann beeilen wir uns, noch bevor er uns erwischt. Daran konnte ich mich noch gerade so erinnern. So, dann müssen wir... Eis. So, dann müssen wir hier entlang. Ich mache mal ein bisschen leiser. So. Äh, ähm, wo war es jetzt? Sind wir hier? Da. Ähm. Ich kann mir schon vorstellen, was gleich kommen wird. Ah, nein, okay, da bin ich ja, glaube ich, schon vorbei. Na, was? Ah, wir sind hier. Genau. Da ist Munition. Sonst kommt hier nichts mehr. Gut. Gut, dann gehen wir nahe. So, mach die Tür auf. Äh. Hallo. Danke. Wir sind jetzt in der Bibliothek. Geh? Bibliothek. So. Bibliothek. Jupp. Beim Betreten der großen Bibliothek ergriff mich Ehrfurcht. Sie war wie ein Märchenschloss. Und wie in den alten Geschichten, wurden die Schätze von Monstern bewacht. Daniela, pass außen auf. Wir gehen mit Artyom rein. Äh, okay. Gut. Hier kann ich... Hier konnte ich keine Türen öffnen, oder? Ach, mach du sie halt auf. Gut. Scheint ruhig zu sein. Ja, ich bin doch da, du Depp. Ich komme. Verdammt. Ah, stimmt. Ich muss da... Ja, ja. Genau. Das war... Ja, genau. Da muss ich diese Teile ja abschießen, damit die mich nicht angreifen. Dann kann ich nämlich in Ruhe außen rum gehen. Da habe ich gleich zwei erwischt. Noch eine Kuh. Ah, Munition. Das waren Fledermäuse. Genau. Gut, dann wären wir hier auch schon mal durch. Munition. Hier... Hier musste ich warten, oder? Ah. Das habe ich also abgeschossen. Das habe ich gar nicht mehr... Ja, hey, hey, hey! Hey! Huh. Okay. Warte, hier kommt doch gleich ein Dämon rein, oder nicht? Ne, das war woanders. Glaube ich. Doch, natürlich war das, das war das, das war das, das war das, das war das. Okay, okay. Okay, chill. Hier mussten wir doch irgendwie... Ach, genau. Ja, dann weiß ich schon mal, wie es entlang geht. Der wird sich kurz was labern, ich will zuhören. Artyom, durchsuche die Räume an den Seiten. Vielleicht kannst du herausfinden, wie man da was aufmacht. Du warst das gut. Also gut. Neuronen und Synapsen, Supra, Spinal, Motorik, Systeme, Wow. A und B, Storogatzki, Picknick am Wegesrad. Hm, klick Vertrauter. Äh, da bin ich gekommen. Gut, nämlich... Das. Danke. Genau, hier war nochmal Munition. Dann... Das war doch hier hoch, oder? So, jetzt muss ich die Türe da hinten aufbekommen. Aber erstmal hier Raum durchsuchen nach Leichen. Nach... Da. Lass mich durch... Danke. Äh... Ich muss kurz was nachschauen. Und... Achso, das war das. Und Wecker. Wie weit sind wir? Sechs Minuten. Wo? Wie habe ich die Türe hier nochmal aufbekommen? Ah, hier ist nochmal eine Leiche. Voll übersehen. Ach, da. Ich dachte gerade schon, hä, wo... Hä? Ich schießt da in die Mitte und da hinten geht's kaputt. Come on, come on. Hör das jämmert auf. Und... Und... Dann... Äh... Beend ich mal hier den Pauz. Sind zwar fünf Minuten früher. Ich denke mal, es ist deshalb so schlimm. Weil ich will ja noch, dass die nächste Folge ein bisschen länger sein wird. Als nur fünf Minuten. Weil ich glaube, wir sind schon gleich am Lager. Soweit ich weiß. Und da fängt... Das Let's Play wieder normal an. Also, danke fürs Zuschauen bis jetzt. Ich entschuldige mich wieder für die Peinlichkeiten. Peinlichkeiten. Oh Gott. Ja. Danke. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss. 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 Tschüss.